Zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene bietet das Camper Hygienesystem KAS besondere Vorteile. Durch innovative Bauteile wie dem Venturi Strömungsteiler wird Stagnation bis an die Entnahmestellen vermieden. Denn durch das Venturi-Prinzip erfolgt bei nachgeschalteter Wasserentnahme ein Wasseraustausch in den vorgeschalteten Ringinstallationen, ohne dass in diesem Wasser verbraucht wird. Bei kleinen Durchflüssen bleibt die Venturi-Düse fast vollständig geschlossen. Dadurch wird ein großer Anteil des Durchflusses über die Ringleitung geleitet. In dieser Ringleitung steht nun wieder frisches Trinkwasser zur Verfügung. Bei größeren Durchflüssen öffnet die dynamische Venturi-Düse. Anteilig wird dadurch ein kleinerer Durchfluss über die angeschlossene Ringleitung geführt. Wird an einer Entnahmestelle in der Ringleitung Wasser entnommen, erfolgt die Versorgung über beide Ringleitungsteile. Dadurch ergeben sich hydraulische Vorteile und die Installation kann geringer dimensioniert werden. Häufig weisen Strömungsteilerinstallationen 10 Prozent weniger Wassereinhalt auf als konventionelle Installationen. Brot Cowです Brot Cow Brot Cow Brot Cow